hallo freunde der virtuellen realität schönes eingeschaltet habt zum heutigen video mein name ist sebastian und wer meinen kanal noch nicht kennt würde ich empfehlen einmal auf abo button zu drücken dann verpasst ihr keine videos mehr unterstützen meine arbeit ist also eine kleine win-win situation und ja heute möchte ich euch ein tool vorstellen was es uns ermöglicht dass wir pc spiele flat games die mit android engine 4 oder 5 entwickelt wurden in der wii a welt erleben können und ja da gibt es ein tool von preidoc den android engine via injector und das tool ist echt der hammer muss ich einfach sagen richtig richtig gut gemacht und ich habe das ganze heute mit der dpvr e4 brille getestet habe ich auch ein unboxing schon raus werde ich euch gerne mal in infobox und in die beschreibung packen und ja könnt ihr euch gerne mal anschauen ist auch einen bestell link dazu wer da interesse daran hat es gibt auch 100 euro rabatt gutschein dafür ich habe die brille aber noch nicht fertig getestet habe es aber jetzt mal damit probiert also mit den android engine via injector funktionierte tadellos ihr könnt auch eine quest 3 quest 2 pico 4 egal was könnt ihr damit testen funktioniert ohne probleme und ja also mit den spielen die ich hier mehr ausgesucht habe funktioniert es tadellos ich wollte einmal sowas wie muss euch vorstellen und da passt little nightmares einfach perfekt also das ist auch ein game wo wir wirklich uns von oben sowas anschauen oder oder er von der seite und charakter steuern und ja wie bei muss halt das passt halt super dazu und dann habe ich mir ausgesucht was aus der ego perspektive ist also bis in zeit das funktionierte auch super also perfekt ihr könnt das ganze mit den vr controllern spielen wenn spiele das unterstützen gibt es auch hand tracking habe ich aber jetzt noch keins gefunden ihr könnt aber trotzdem damit spielen oder er benutzt halt hier so einen xbox controller oder anderen pc controller wo ihr alles da habt ist manchmal einfacher weil wir hier auch ein steuerkreuz drauf haben was ich jetzt auf den controller nicht habe und damit kann man dann meistens ein bisschen besser im menü rum scrollen das hatte ich bei bis in zeit das problem das mit den vr controllern halt nicht ging aber trotzdem funktioniert das super wir haben ein ingame menü was wir über die sam sticks wenn wir beide gleichzeitig drücken öffnen und schließen können da kann man einstellungen machen wenn irgendwas nicht passt ich gehe jetzt nicht wirklich ins detail ich bin jetzt auch wirklich user der ersten stunde sage ich einfach mal aber es hat schon mal super geklappt und verbesserung kann man dann immer sich noch mal anschauen und ich würde sagen ich zeige ich jetzt erst mal wie das ganze gestartet oder runtergeladen wird gestartet wird und wie man spiele startet und dann sehen wir uns dann gleich noch mal wieder bis gleich ja leute kommen wir zum ganzen prozedere wie bekommen wir den android engine via injector auf unserem pc und das ist relativ einfach wir gehen einmal auf den link den ich da ich unten in die beschreibung gepackt habe der führt uns zu github.com und dort bekommen wir vom pradoc die android engine via injector datei oder die dateien sind mehrere und zwar ist das eine zip datei die wir uns runterladen ist einmal hier einmal auf den link klicken dann könnt ihr das runterladen das habe ich bereits getan und dann bekommen wir hier diese zip datei die zip datei entpacken wir einfach in einen ordner und der sieht einfach so aus diese zip datei das sind die dateien die alle drin liegen und ja das habe ich hier jetzt mal entpackt und wenn ihr dann auf ue vr injector klickt kann es passieren dass diese meldung kommt das war bei mir der fall weil mir eine app fehlte in microsoft.netcore.app die fehlte mir und ja die habe ich mir dann runtergeladen wenn ihr auf ja klickt werdet ihr direkt weitergeleitet zu einer microsoft seite dort könnt ihr diese version auch runterladen werde ich euch aber auch noch mal in die beschreibung packen denke ich mal dann ist es für euch einfacher und ja das ist eigentlich alles wenn ihr das gemacht habt dann fühlt ihr diese datei hier als administrator aus das ist eigentlich ziemlich wichtig denn so hat die app vollen zugriff auf die ganzen system dateien und so weiter sollte man auf jeden fall machen ich weiß nicht ob das ohne funktioniert aber ich denke dass es hier sinnvoll ist wenn ihr das gemacht habt und drauf klickt dann habt ihr hier diese datei und ja ihr startet diese datei ganz am anfang also diese ue vr injector punkt exe startet ihr in diesem fenster hier hier das ist die datei die ihr startet am besten per administrator und ja dann haben wir hier diese datei das ist das fenster was uns als erstes gezeigt wird dann gehen wir hin machen unser wie akram fertig dass es auch startklar ist ist egal ob jetzt eine pc wie abrile habt oder eine quest 3 eine pico 4 und so weiter und so fort und ja das ganze könnt ihr dann einfach an start bringen startet dann die das spiel was er haben wollt ich starte gleich mal ein zwei beispiele und dann schauen wir uns die mal ganz kurz an ich will es kein gameplay zeigen nur mal dass es funktioniert und zwar geht ihr dann hier auf dieses auswahlfenster wenn der spiel gestartet habt und dann wird das spiel hier in diesem auswahlfenster erscheinen dann drückt ihr da drauf liegt einmal mit links dann steht hier oben halt die sache ist einfach mal wie bei meinem beispiel little nightmares und dann drückt ihr einfach auf inject und schon sollte das spiel in eurer via brille projiziert werden und ja man kann vorab schon ein paar sachen auswählen ob ihr oben via macht auch im xr ob ihr hier die render methode vr render methode welche ihr hier verwenden wollt ich habe jetzt bisher nativ stereo gemacht wenn es aber nicht so gut aussieht nicht funktioniert dann könnt ihr auch die anderen ausprobieren aber hier steht dass man sollte als erstes nativ stereo benutzen weil das halt diese diesen tunnel von unreal engine benutzt so habe ich es jetzt verstanden ich bin auch kein experte ich bin es auch erst mal user hier mit dieser app aber es funktioniert und ja cool dass man damit jetzt sehr sehr viele unreal engine titel spielen kann in via und das funktioniert auch echt gut schauen uns aber gleich mal an wenn irgendwelche fragen sein sollten gerne in die kommentare und ich würde sagen wir gehen jetzt mal rüber und testen mal so ein spiel bis gleich ok leute ich habe jetzt hier bereits little nightmares aktiviert und gestartet und ja wie es auch hier in der anleitung steht starten sie den injektor starten sie das zielspiel dann suchen sie das spiel in der drop down liste und das ist hier der fall so und jetzt wird uns hier little nightmares angezeigt und ja das wähle ich jetzt aus habe ich es auch ausgewählt das seht ihr hier an und jetzt kann man die ganzen sachen hier noch einstellen wenn einstellen möchte dann müsste ein bisschen mit rumspielen ich habe da auch noch keine großen erfahrung aber so wie ich es jetzt gemacht habe hat eigentlich gut gepasst so ich habe meine brille schon auf und ja jetzt mache ich inject und dann sehen wir uns gleich im spiel so leute so startet das spiel und wir haben hier jetzt so ein kleines ueva menü vor uns was wir mit den samstix bei wenn man beide gleichzeitig drückt weg machen kann und auch wieder aufrufen kann und hier können wir diverse einstellungen tätigen die wir haben wollen müssen hier kann man die rendering methode noch umstellen dieses sing sequential methode also wenn man da probleme hat kann man hier diverse sachen einstellen ich habe da selber noch nicht so groß mit umgespielt aber ja wir schauen jetzt einfach mal wie das ganze klappt und ja wichtig ist wenn ihr jetzt kein ton oder sonst was hat in der brille klickt einmal mit der maustaste ins spiel rein das funktioniert auf jeden fall so wir sind jetzt hier drin ihr seht ich bin mit den kontrollern am start und ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal auf neues spiel ok also ich möchte euch einmal solche spiele zeigen wo wir einfach nur zuschauer sind und charakter spielen und dann auch einmal wo wir wirklich fürst first camera view haben also aus der ego perspektive und ja wie ihr seht ich kann den die kleine hier lenken steuern jetzt spielen wie ihr seht das spiel baut sich in diese richtung auf sie haben immer so einen kleinen ausschnitt den wir uns anschauen können jetzt mache ich mal die lampe wieder an hundelungen spielt gerade wird mir angezeigt grüße gehen raus an hundelungen wie ja hat auch ein youtube kanal sollte auch mal unbedingt drauf schauen so dass wir hier haben so einen kleinen speicher punkt und das funktioniert echt top jetzt müsste man das spiel nur kennen wie das ganze funktioniert aber das finde ich das finde ich richtig cool sind ein ganz anderes spiel als wenn ich das nur auf dem flatscreen jetzt sehe gibt es auch noch einen zweiten teil zu der funktioniert auch und ihr könnt das beliebige spielen entweder mit den vr controllern oder halt auch mit einem normalen gamepad das funktioniert auch also tadellos ich habe jetzt auch keine ruckeln hier drin oder sonst was ich habe das spiel vorher noch nie gespielt aber ich finde dass ich habe das damals ein trailer gesehen ich finde das so cool und es erscheint auch noch ein dritter teil sogar davon vielleicht sollte man das mal spielen über längere zeit ja leute das ist little nightmares und ja wie ihr seht es funktioniert super und jetzt würde ich sagen zeige ich euch the beast inside und ja ich zeige euch noch mal ganz kurz hier haben wir das menü wenn es denn auch aufgehen würde auf jeden fall haben wir hier auch noch mal die möglichkeit uns was anzeigen zu lassen wenn ich den trigger drücke auf dem rechten controller und dann haben wir hier reset kamera recenter view reset standing origin und ja ich mache jetzt einfach mal recenter view und ja so können wir uns dann halt das bild wieder anpassen und ich mache das menü jetzt weg und drücke jetzt mal auf fortfahren ich habe ja bereits gespielt hier sogar auf dem kanal aber als flat version ok jetzt liegt mein charakter das sieht das ein bisschen komisch aus ok finde einen weg nach hause so und wie übersehen ich kann mir das jetzt hier alles hier mit steuern ich kann mich komplett umgucken 360 grad also es ist überhaupt kein problem und kann auch hier steuern ich kann das menü aufrufen dann kann mir hier alles alles anschauen navigieren klappt jetzt hier noch nicht so ganz gut ich weiß es gar nicht wie ich jetzt hier weil ich kein steuerkreuz hat aber wie gesagt ihr müsst das nicht damit spielen finde ich auch quatsch es sei denn man hat wirklich die möglichkeit hier mit den händen was zu machen haben wir hier in dem spiel aber nicht von daher würde ich euch den controller empfehlen dann habt auch die komplette komplette gewalt über das spiel sage ich mal so ich kann mich drucken ich kann weitergehen also klappt gut natürlich sieht es komisch aus wenn ich mich damit bewege aber ich würde das also vor und vor zurück links rechts würde ich mit dem controller machen alles andere würde ich mit meinem kopf hier regeln das ist glaube ich viel viel besser aber ihr seht auch das funktioniert super und ihr könnt es echt eure lieblingsspiele euch aussuchen und ja die danach belieben in VR spielen wie gesagt das war jetzt mal ein aus der ego perspektive was ein spiel little nightmares war halt als zuschauer also ich finde beide beide versionen haben was für sich auf jeden fall klar will man eigentlich in VR immer aus der ich perspektive spielen aber so spiele wo ich von oben irgendwo auf den charakter runter schauen hat auch was für sich ja ich würde sagen ich beende jetzt hier und wir sehen uns gleich noch mal wieder bis gleich ja leute das war der andere engine via injector und ja wie ihr gesehen habt funktioniert das tadellos mit den zwei spielen die ich euch gezeigt habe und ja also so einfach also einmal einmal starten dann spiel starten injector das spiel auswählen injector oder inject drücken und schon haben wir es in der brille und können dann mit dem ingame menü ein paar sachen noch einstellen und schon geht es los also super easy und es gibt auch eine eine homepage die zeige ich euch jetzt noch mal also einmal das war ich euch schon gezeigt habe wo es runterladen können und auch ein paar paar erklärungen noch dazu dann gibt es eine dokumentationsseite die findet ihr hier und ja hier sind noch ein paar sachen erklärt die könnt ihr euch dann auch ja jeder browser hat ja so eine übersetzung eigentlich drin wenn ich könnte das auch mit die bell oder sonst was übersetzen wenn ihr da probleme habt könnt ihr halt auch euch die sachen noch mal hier anzeigen lassen was genau wie funktioniert und so weiter und so fort hier haben wir das ingame menü noch mal erklärt super wichtig dass wir hier auch einen recenter haben also ohne das macht es echt keinen sinn und ja einfach top dann habe ich unsere facebook gruppe noch gefunden also we are world germany wer die facebook gruppe noch nicht kennt werde ich unten in die beschreibung packen also da sind top leute die immer wieder solche sachen posten und ja darüber habe ich das dann auch gefunden und hier gibt es eine liste die wird glaube ich immer weiterentwickelt von leuten die spiele getestet haben und die können dann ihr eintragen funktioniert super funktioniert nicht super und hier nicht sehr gut okay perfekt und works well und ja da könnt ihr euch so viele sachen anschauen und ja auch zum beispiel little nightmares 2 works perfectly und ich könnte auch jetzt kein problem feststellen bei eins und zwei ich habe mir beide mal ganz kurz angeschaut einfach tadellos da gibt es echt nichts zu meckern und ja wie ihr seht es die liste ist so groß und ich weiß gar nicht ob da noch so diese ganzen spiele jetzt drin sind diese überhaupt gibt in unreal engine 4 und 5 aber leute wenn ihr irgendein spiel habt was auch nicht drin steht probiert es einfach aus wenn es nicht drin steht probiert es aus wenn es funktioniert funktioniert wenn ich dann nicht es ist ein tool was umsonst ist es ist 130 mb groß also echt klasse was der da gemacht hat der preidoc und damit kann man mit sicherheit das ein oder andere geben noch mal neu erleben und zum beispiel little nightmares habe ich noch nie gespielt ich habe es mir gekauft lag einfach um in meiner bibliothek und ich glaube jetzt in vr werde ich mir mal definitiv anschauen weil ich finde das gameplay und so finde ich einfach super interessant ja leute ich hoffe euch hat es gefallen es war ja gut erklärt dass ihr auch weiter kommt damit wenn probleme sind schreibt mich gerne an in der facebook gruppe we are world germany ich habe ein discord ist auch und in der beschreibung noch verlinkt und kommentare werde ich auch immer wieder darauf antworten also wenn da fragen sind werde ich das in meinen möglichkeiten auch erklären aber in der facebook gruppe kann man bessere fragen stellen weil da haben wir schwaben wissen von so vielen leuten die so auch mehr wissen als ich über dieses tool von daher ist es da immer sinnvoll in so eine gruppe zu gehen und dazu fragen aber wenn ich was beantworten kann werde ich auch auf youtube machen ja leute wie gesagt ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja like raus abo button natürlich nicht vergessen wäre ich nice wenn ihr meinen kanal abonnieren würde und ja gerne mal auch unter die kommentare ob es gefallen hat und ob es gut erklärt war und dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss